Hallo Freunde und dann sind wir wieder bei Let's Play Borderlands. Wir waren ja hier im Safety-Haus. Und ich überlege ganz ernsthaft, ob die Quest schon fast für uns ist. Jetzt sind die ganzen Typen wieder da, die wir letztes Mal mit so viel Liebe und Hingabe ausgeschaltet haben. So, was haben wir denn dabei? Schöpfelnde Stummelwehr, dreißig. Der jahle. Ich habe schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Nageln hat. Gesundheit, Gesundheitsboost, 40%. Heißt das das regeneriert, oder? Naja, erstmal gucken. Die haben jetzt gesehen, bevor wir überhaupt was gemacht haben. Okay, eigentlich müssen wir jetzt... Hm, ja. Also ich vermute, hier kommt ein Endgegner. Aber nur nur so eine Vermutung. Ne Tasche, ne... Ich drücke irgendwie mal F. Hm, da liegt doch ne Lampe. Was war das? Achso, das war wieder der... War da grad. Okay, da laufen wir hier. Es gibt keine Schöne. Es gibt keine Schöne. Die ist dabei. Wo? Wo? Da hat er noch einen Granatenwerfer. Äh, Raketenwerfer. Hallo? Oh, Scheiße! Was ist das? Haha! Äh... Was ist das? Hat er einen Schöporn? Ich bin noch nicht Chuck Norris. Oh, hoffentlich kommt der nicht durch die Tür. Hallo? Bleibst du mir... Ah! Ach, der hat mich nie gesehen. Puh, ich dachte schon. Genau, und bleib weg! Ich weiß ganz genau, dass ich ein knallerber Typ bin. Ich bin einer! Ich bin einer von Scheiß. Äh, müden Jungs. Komm jetzt ja, ich muss an dir vorbei. Hey! Ich seh da den... Ja genau! Ich will nicht, dass die ganzen Leute dann wieder spawnen. Ich will nicht, dass die ganzen Leute dann wieder spawnen. Ha! 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 Alter, wie viel... Ist der tot? Nein, der ist nicht tot. Ist ja auch viel zu einfach gewesen. Schluck mal ne Granat, dann bist du vielleicht tot. Ähm... Okay, jetzt kommt er direkt um die Hecke. Macht euch bereit! Okay. Ich hatte keine Chance gegen den, mal ehrlich. Ja. Okay, da setzt welche in Brand. Okay, da setzt welche in Brand. Oh! Wenn das nicht... Wenn das keine Munitionsverschwendung ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Hm! Static Shotgun. Ja! Ist der irgendwie auf Schienen oder so? Oder warum läuft der immer den gleichen Weg? Hey. Jetzt hält Sponge wieder... Wo, 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 wo! Oh... cake this! Machen wir das. No, wo, 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 wo. Okay. Ich kofe den Shot jetzt. ach so ich glaube ich bin ich mir sicher ich will leben haben so jetzt nehme ich nicht ich könnte ich kann ja noch mal so kritisch ja wer verdammt für 980 dollar da hat er mit denen jetzt was ich ausgeben habe wäre das nicht so schlimm gewesen was das muss brennen also ich habe mich abwesen auf die uhr zu gucken das machen wir nicht das pisst mich an irgendwie gerade so hoffe du genießt dann weiß ich keine munny mehr keine jörneschmer hier das ist doch ein witz wenn jetzt hier noch so ein paar typen sind zum thema ein paar typen d d d hier war gerade eine waffe Da hat er da eine Waffe gedroppt. So, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwie was zusammenkriege. So. Du bewachst ganz schön die Kleiderschränke. Aber, ne, wenn da erstmal so eine Stinkbombe ausbricht, dann weißt du, was zu tun ist. Alter, das ist übel, Psycho. Voll. Oh, pass auf. Jetzt ist mein Leben nicht mehr voll. Dann muss es doch noch irgendeine andere Quest geben, die wir erstmal machen können. Wir haben doch hier eigentlich einen Haufen Weißer-Quest. Magi-Badlands. Wrecks. Hm, Lost Cave. Schock ist da ja, und wir machen Abflug. Machen wir das erstmal. Da müssen wir zwar jetzt wieder zurücklaufen, aber ja. Was war denn das? Hier müsste jetzt eigentlich noch ein bisschen Munition sein, Tara. Ich nicht mehr sehr viel habe. Du musst jetzt noch so ein fetter sein, oder? Ne, doch nicht, zum Glück. Ist das ein Biler-Flammenwerfer? Zum Thema ein fetter ist da nicht. Da waren wir noch. Erstehen! Ich krieg dich. Alter, was ist hier los? Wo kommen die alle her? Wie viel sind das da? Sechs? Sieben? Explosive Klebe. Wartet, wartet. Macht erstmal schon ruhig weiter. Ich guck erstmal nur kurz durch. Oh! Oh! Der war vor Psycho! Oh mein Gott! Zum Thema mit den Leben! Der hat da schon wieder was gedroppt, aber... Das ist ja so ein Typ wie wieder. Alter, wo kommt der her? Ach, bitte nicht! Alter, der kleine Krüppelarm! Wird's komisch. Na gut, heutzutage ist ja sowas normal. Ich weiß ja nicht, ich kenn mich so mit... Das ist mit sowas nicht aus. Hoffentlich sei jetzt unten kein übelst fettes Viechchen, dass ich den in die Fresse knalle. Hm, scheinbar doch. Äh... Bleib mal hier fern. Speichern! Oh, gut, nehmlich! Irgendwie werden die Parts immer verrückter. Und der da steht auch nur rum. Hier gibt's Medikamente! Ich nehm' lieber das andere. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer rein spaziert. Hm... Ist das Langbogen-Raketenexplosive Klebe? Langbogen-Granaten werden zum Ziel teleportiert, um dort zu explodieren. Hm... Ich glaub' ich nehm' lieber die Klebe-Granaten. Ach, wir sind gleich ein Level aufgestiegen. Was soll das denn? Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit. Du wirst es nicht bereuen. Ist es eigentlich sinnvoller... ...dass ich da kleine Medikits kaufen und die dann nehmen anstatt dieses ganz Kleine am Bullen? Racks, was sind denn Racks? Da muss ich hin. Da war ja die Rampe, ne? Obwohl, ich bin eh gleich ein Level aufgestiegen. Da bräuchte ich jetzt nur noch ein paar Kills und dann... ...wär ich schon mein Level aufgestiegen. Und dann wär mein Leben wenigstens voll. Aber ich glaub' ich beende das mit diesem Part hier. Mir persönlich hat er diesmal irgendwie nicht so gut gefallen. Weil das gerade viel zu unübersichtlich war. Aber naja. Ich will... Oh... Das sind Racks. Okay. Das machen wir im nächsten Part. Und ich verabschiede mich. Bis denn und Schausen, Leute. Bis denn und Schausen, Leute. Weil du dir nicht so gut gefallen? Wir sind so gut gefallen. Dann bis ich in die nächsten Part. Und die Rebellion, Leute, реально schaufe. Und dann bist du da mit der Schausen. Und dann bist du da mit der Schausen. Und dann bist du da gibst. Und dann bist du das Guter. Und du dich gestion.